hier brennt die Klinge! Waaah! Ich hab mich umgeachtet! Au! Ich auch! Alter, schlag halt noch zu, du... ...Typ! Ja, du, beide umgeachtet! Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Situation mit Poling! Der jetzt hier gleich den Generator anschmeißen wird! Wir sind immer noch, ähm... Wo sind wir hier? Verdammt... Weiß nicht, äh... Wir konnten wo Napalm produzieren? Ja, genau, bei der Napalm-Produktion der Klinge ist! Ich komm dann gleich zu dir hoch! Oder wollen wir... Ja genau, geh du da hoch! Ja kommst du bitte hier oben in zwei Säulen? Ja, ja, wollte ich machen! Go, go, go! Sie alle wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist! Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen! Viele Leute zählen auf uns! Unsere Familien... Unsere Freunde... Die ganze verdammte Welt! Deswegen müssen wir diese Linie gegen Wesen verteidigen! Selbst wenn sie sagen, sie kämpfen von der Regierung! Wir wissen, dass sie lügen! Ja, ja, na klar! Wenn wir sie hier aufhalten, können wir die Stadt noch retten! Sogar die ganze Welt! Wenn wir sie hier durchlassen, war all unsere Arbeit umsonst! Und das werden wir nicht zulassen! Ich? Das habt ihr gefälligst zuzulassen, oder? Was hast du mitzulassen? Zuerst... Zuerst den Donatenspack okay! Ja, ich seh den noch nicht! Ich seh den noch nicht! Ich seh da nur so, es sieht aus wie ein Creeper von Minecraft so! Die stehen da alle noch gemütlich rum? Machen die einen Kaffee-Clunch, oder was? Ich hab mal gebraucht, jetzt kommt sie! Ah, alles gleich! Jetzt hab ich die Kranmarken zweimal getroffen! Ja, dann nehm ich ihn weg! Ja, dann nehm ich ihn weg! Oh, body! Fuck, man! Geschafft! Und er brennt! Er brennt! Er brennt! Ja! Ja! Oha! Alter! Ja! Haha! Ich treff gerade Null! Er ist so nebrennt! Ach, ist die Kranmark! Achtung, da kommt einer auf! Ja, ja! Hau ab! Hast du ihn weggemacht? Ja! ledge倭い! Ohohohohohoow! Ohohohohohohh Go he says! Ohohohohoho! Jetzt stirb nicht los! Ohohohohohohohohoho! Ich komm zu dir, ich hol dich Wo bist du? Du bist tot Der hat mir hier ein X angezeigt, du bist hier weg Wo kagt der denn jetzt her, der Sack Jetzt haben sie uns doch klapp gemacht, jetzt haben sie es geschafft Achtung, Gott und ich bin in den Gegnern wieder blöden Spiel Scheiße, das ist gelber Das ist gelber Knie Du wolltest nicht auf schwer stellen Alarm, Sprengstoff scharf, bereit zur Detonation Ach nö, noch einmal Noch einmal, ja wir haben ja glücklich gescheitert Quatsch nicht, das Ding ist in die Luft geflogen, alles gut gewesen Jaa Ja ich muss wahrscheinlich mit zu dem Hof kommen Dann kommen wir gleich vom Weiten, die wegsnipern und zu zweit Das ist besser Lass mal Fitts aufsagen Soll ich anmachen? Jaa I'll be there for you Komm Achtung Es geht raus Es geht raus Sie alle wissen was wir hier machen und wie wichtig es ist Ich hab die Mission sonst alleine gemacht, jetzt sollten wir das doch packen oder nicht Ja ich hab die alleine voll Unsere Familien, unsere Freunde, die ganze verdammte Welt Deswegen müssen wir diesen Wesen, diesen Wesen verteidigen Wenn ich's mal treffen oder... Wenn ich mal diesen Kopf treffe Können wir die Stadt noch retten Sogar die ganze Welt Wenn wir sie durchlassen über alle unsere Arbeit umsonst Und das werden wir nicht zulassen Mein M.G ist aufgestellt Ihr musst noch auch nachschießen, jetzt kannst du vorne wissen Nachladen, nachladen 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 Er ist tot, gut, er ist tot Nachladen Nachladen Es ist leicht erwärmt. Aber nur etwas. Ja, etwas erwärmt. Aua, Aua, ich gucke das gut. Kann die hier schon wieder irgendwo ein Schadfüttchen rumbrammeln oder was? Pass! Pass! Nein! Stürb jetzt, du Sack! Na, Alter! Nur damit Sie es wissen, hier kommt eine Explosion von hier aus sehen. Es wird vermutlich noch mehr Napheim-Punks im Gebäude geben. Kümmern Sie sich zuerst darum, und dann um Joe Farrow. So, jetzt tue ich mich mal um das, was hier so rumliegt. Du brennst. Ich weiß. Ich wollte nur die einige Klamotten da haben. Eine leichte Weste. Du musst doch irgendwas looten hier. Boah. Krampf. War, 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 war ein kleiner Krampf. Aber wir haben ihn abgeschüttet. Ach, halt, wir sind ja da, ja. Halt. Kann ich auch noch schnell nachladen, wenn ich schon hier bin. Ein Echo! Ein Echo! Echo für Erschwann, ich komme. Ah, ich komme! Oh! was macht der hier aktueller status unbekannt beruf unbekannt details bei den cleaners eingecleadert cool das hätte ich jetzt auch noch rausgekriegt so immer nach oben lässt sich besser schießen nach hier sind wir jetzt Achtung ich mach den ersten aber welchen machst du? links fupp hat es einmal nur kurz gesessen treffe ich den hier unten? ich sehe gerade irgendwie gar nichts außer den hier unten ich habe den schon hochkommen sehen aber nicht schnell genug reagiert da hat hier irgendwas brandartiges entgegen oben aua aua sack hey was ist denn da? ja ist das für ein Bug gewesen? ok leute wir machen folgendes wir ziehen uns zurück dann sammeln wir uns auf Machtturm wieder und da halten wir sie auf habt ihr verstanden? auf Machtturm diese Stellung dort werden wir halten und die werden sich nach wünschen sich nie mit uns angelegt zu haben das werden wir ja sehen was war das denn versiegel da wer ist denn mit dir? bist du schon tot? da geben sie ja bitte nicht langsam kommst verbrenne ich hier irgendwo warte mal den kannst du umtacklen Wenn du auf den Zug rennst, tut man es ab. Aber hast du ihn jetzt schon mal schockt? Ja, du nicht. Wenn du auf den Zug rennst, tut man es ab. Hör zu! Wer ihr auch seid, ich schätze, ihr seid Bundesagenten. Aber das ist egal. Mir tut das Reise. Und genau deswegen werdet ihr sterben. Die Männer, die euch gegenüberstehen tun, das, wozu niemand sonst die Eier hatte. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen, damit es hier gestoppt wird. Sie haben sich geopfert. Und dann? Und dann kommt ihr. Und versucht alles kaputt zu machen. Weil ihr nicht manns genug seid, das zu tun, was getan werden muss. Das wird nicht klappen. Meine Jungs und Bella. Wir ziehen diese Sache hier durch. Und zwar zur Not. Über eure Leichen. Über unsere Leichen möchte er erfahren. Na das, wie ich mal sehen. Das ist Leichenschändung. Dafür kann man angeklagt werden. Hast du Brandgranaten einstecken? Weiß ich nicht. Musst du ja gleich mal gucken. Ja, ich guck gleich mal. Auf G war es, ne? Kann man auswählen. G gedrückt halten. Ob du Brandgranaten einstecken hast. Geht hier noch nicht mehr, erst wenn ich ausgestiegen bin. Na? Das ist keine. Nö, nö. Nix. Nix eine andere an die Hände. Mal hier. Mal hier. Ja, ich weiß. Da kann man irgendwie komischerweise durchschießen, aber auch nicht durchschießen. Irgendwie, ne? Ne, du kannst nicht durchschießen. Du kannst nicht durchschießen. Du kannst nicht mit Brandgranaten durchwerfen. Mal hier. 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 So ein Spaß für... Hahahaha. Bahいて. Was für ein paar... Kackbutz. Ey! Boah! Das macht... Oder wäre fast gestorben. Keine Granaten. Wird das gerade noch sehen. Doch, ich hab noch Granate. Warte, warte, warte. Oh komm, ich kill den jetzt. Ich hab noch ne Brandgranate einstecken. Wir Brandgranate drehen gerne und Splittergranate. Die Scheiben sind auf Panzerglas. Jaja, klar. Aber wenn du ne Brandgranate hast, kannst du ein bisschen extra hier killen. Auf der anderen Seite sind wir ja auch noch. Auf der anderen Seite sind wir ja auch noch zwei, drei Punkte. Boah, ich steh mit nem Sammler am Strahlen. Also, ich bin Splitter und Kämpfe, ne? Ja, der kann mich irgendwie trotzdem treffen. auf hier waaah ich auch Prozent Prozent der Schlag hat noch zu Prozent Prozent das ist nicht aufgepasst wenn ich die linke Flanke alt und es auf die rechte Flanke Brotten von Hilfe gebraucht ich hab gar nichts gebraucht Aufzug benutzen benutzt er jetzt den Aufzug, ja Prozent Bussin Zeit, was zu trinken, kurz Ja So, diesmal lassen wir hier die Knallköpfe gleich mal in Ruhe Na, der hat mir auch auf einmal anschießen können Wenn er sich nicht schießen kann Fuck Worauf wartet ihr noch? Geht da rein! Bist du da? Ja Fuck Alter Warnung, einer geht aus ihrem Team durch sofortige Hilfe Ja, ich bin grad am heilen und dann helfe ich dir gleich Oder auch nicht In der Zeit bin ich tot Ja, ich auch So, ich komme So, ich komme Ech Alter, das ist doch nicht drin Ja, die können halt alle schießen wie die Götter plötzlich, ey Das ist doch nicht zu fassen Irgendwas machen wir falsch Wir stehen da unten verkehrt Okay, nochmal Gruppen, warte mal, Gruppeneinladung gescheitert Du hast die Kälte abgelehnt, weil so erzählt er mir jetzt gerade Ich dachte ich schaff's noch Jetzt ne Rolle machen müssen, ne? Jetzt geschaffen Weiß ich nicht Da hat er mich eingeklemmt zwischen drin Das ist auch der Hälfte Das ist so springlos, ne? Guck mal, schau Worauf wartet ihr noch? Geht da rein! Zu Meine Seite sind die Ja, ich guck nach rechts Ja, ich guck nach rechts Guck nach rechts Ach, Granate! Ja, dann guck von weg Ja, ja, bin ich da Das ist ne Brandgranate Der muss doch tot sein! Die still ich mich wieder an, ey Wir leben schon ein bisschen länger Das finde ich schon mal fucked, dude Was ist unser Konzept? Husten, Husten! Ach du Scheiße! Die Brandtran hat mich eben so aufgesackt. Hilfe! Hilfe! Renne! Gehst vorabend! Wow! Das sind zwei! Das sind zwei! Und auf! Ja! Heil dich! Du hast es erwähnt, ihr lebt wieder zu lange. Du musst, du musst, du musst mal ein bisschen weiterlaufen. Du kriegst mich nicht, vergiss es. Warum denn? Na, du stehst da auf einem Fleck. Das ist ne gute Position da! Hm, nicht. Du stehst, du stirbst ja die ganze Zeit. Aber wenn du die rechte Seite gedeckt hast, werde ich nicht gestorben. Ich hab die rechte Seite gedeckt. Von rechts kam nix, da war nix. Da war nur ne Treppe rechts neben mir, das weißt du. Los, mach hin! Du siehst nicht, ich schaff das nichts. Du warst zu spät? Ja, geht ja nicht! Besser! Du musst ja erst stundenlang die Kiste öffnen. Selber schuld, wenn man zu langsam ist. Na, dann wird das halt jetzt. Also wir müssen das jetzt mal schaffen, sonst wird das in Folge mit Überlänge. Ich möchte schon gerne die Mission fertig haben. Wollt ihr noch, geht da rein! Ich möchte schon gerne die Mission fertig haben. Boah, versteck dich doch nicht! Boah, versteck dich doch nicht! Busser vor. Busser vor. Busser, hier bin ich fertig! Ue, vertreck dich doch nicht! Busser vor. Busser. 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 Zuck dich doch jetzt! Hör auf. Busser! Busser. Ich komm jetzt von der rechten Seite. ein agent aus ihrem Team ist getroffen und hat Unterstützung mann, ja 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 alter och meine Fresse ach Rosi und naja was soll ich denn machen was soll ich denn machen ich bin da drüben gerade total safe und du mit sterbst du ich hab mir auch gefahren ich war hinter der Deckung als ich gestorben bin ja ja gut ok dann machen wir in der nächsten Folge erstmal weiter bis gleich bis gleich